Moin Moin an alle CitySkyline Freunde und willkommen hier zurück zu CitySkyline Part Berlin Part 2. Mein Name ist Patrick-Gammer-02 und ihr habt richtig entschieden, euch bei CitySkyline einzuhackern. So, dann müssen wir mal kurz was gucken. Ach, hier ist die Linie, okay. So, dann müssen wir mal gucken, eben. Ja. So. Ja komm, wir machen mal irgendwas anderes. So, dann müssen wir mal was. So, dann müssen wir mal was. So. Auf jeden Fall machen wir eben jetzt hier eine ganze Linie. So. Auf jeden Fall ist das so, dass wir jetzt hier eine Linie ziehen und so viel Erde nehmen wir dann auch weg und mehr machen wir das dann auch nicht mehr. Deswegen. So. Mal gucken, wie weit das jetzt hier noch geht. Oh. So. 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 Vielen Dank. Ja, mach mal eben was anderes. Warte, so. So, einmal. Warte, so. Nee, das geht da dann nicht. So, wie ich das vor hatte. So, wie ich das vor hatte. So, wie ich das vor hatte. So, weil sonst habe ich hier nicht alles dann überflutet, die ganze Stadt und das möchte ich hier natürlich dann auch nicht. Und deswegen gehen wir jetzt hin und machen dann hier alles fertig. So, wie ich... So, wie ich das vor hat. Was ist das? Ja, weil es bringt jetzt hier im Moment nichts anderes zu machen, weil wir müssen ja jetzt ja auch mal hier langsam mal fertig werden. Deswegen Ja, weil es bringt jetzt hier im Moment nichts anderes zu machen. So. 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 So, wir machen es ja auch deswegen so flach alles, weil das wir besser bauen können, unsere Stadt. So, 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 auf jeden Fall, so, so, seit wir hiermit, so, properly, so, 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 then, so, so, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So... Ja, das reicht so. Roll, drop post. Ja... Schon gut so. Aber, was mich stört... Wir haben hier keine Mautstelle. Keine Maut. Und das wird jetzt geändert. Ich will hier eine Mautstelle. Das müssen wir mal gucken. Zwei Richtungen. Weil ich möchte hier gerne eine Mautstelle haben. Ja... 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 Nee... Nee, das gefällt mir nicht so. Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Muzzle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. So. Uh-huh. So. 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 auf jeden Fall. Passt das hier schon mal? Aha, die ersten Fahrzeuge, die kommen. Die ersten Fahrzeuge, das gibt es doch nicht. Die ersten Fahrzeuge, die ersten Fahrzeuge. Die erste Fahrzeuge, die kommen. Aber da noch nicht. Da, 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 da. Oh. Weiß ich hier mit der Schleuse los. Das verstehe ich nicht. 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 Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt hier wirklich mega geile Stadt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. In Mexico. 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 Finger in a pole. Ja. Mexico. Mexico. Okay. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja. 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 Die Mexikaner von mir, grüß die, grüß die Mexikaner von mir, dann bist du in Mexiko. La 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 la, la la la, la la la, la la la, Finger in der Po, Mexiko, hast du den Finger in der Po, hast du den Finger in der Po, da bist du ganz schön froh, la la la, la la la, ja, dann bist du froh. La 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 la, 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 froh. Frodo Bräutlin hat doch Schluss gemacht mit Saron, ja der hat doch Ehrenbruch, Saron hat Ehrenbruch begangen. Saron ist doch nur Wladimir Putin, Putin, der Hurensohn, Putin, der Hurensohn. Ja, der Vladimir Putin, du Hurensohn, Putin, du Hurensohn, Putin, du Hurensohn, Vladimir Putin. Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin, du bist einfach nur ein Hurensohn. Vladimir Putin, Vladimir, Vladimir, Vladimir Putin, Vladimir Putin, ja, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Vladimir Putin. Du bist ein Hurensohn, Wladimir Putin Du bist doch nur ein scheiß verfickter Kriegstreiber Wladimir Putin, du bist doch nur lächerlich Deine Mutter hätte dich gerne bei der Geburt abgetrieben Wladivladivladimir Putin, hohoho, Putin Okay Okay Wladimir Putin, Wladimir Putin Du bist doch nur ein Kriegstreiber Wladimir Putin, du bist nur ein Uso Wladimir Putin ist ein schlechter Uso Uso, Uso, Uso Wladimir, Wladimir, Wladimir Putin Wladimir Putin Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist einfach nur ein schlechter Verlierer, 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 Lalalalalalalala. Wladimir Putin, Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist einfach nur ein schlechter Verlierer. Wladimir Putin, 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 Wladimir Ja, der Wladimir Putin, du bist doch nur ein schlechter Verlierer. Du kannst dich verlieren, Wladimir Putin, du bist einfach nur ein dummer Schwein. Wladimir Putin, du bist einfach nur Scheiße, einfach nur, einfach nur Scheiße. Wladimir Putin, du bist einfach nur Scheiße. Wladimir Putin, du bist einfach nur Scheiße. Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist einfach nur ein Kriegstreiber. Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist einfach nur ein Kriegstreiber. Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist ein schlechter Mensch. Dich sollte man in die Hölle schicken und nicht mehr rauslassen. Das ist Wladimir Putin, Wladimir Putin, du bist ein Stück Scheiße. Wladimir Putin, Wladimir Putin. Wladimir Putin, Wladimir Putin. Wladimir Putin, Wladimir Putin. Wladimir Putin, du bist einfach nur ein Stück Scheiße. Wladimir Putin, Wladimir Putin. Wladimir Putin, Wladimir Putin. Wladimir Putin, du bist einfach nur ein Stück Scheiße. Ja, sagen wir sagen, 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 wir sagen Vladimir Putin, scheiß, Vladimir Putin, scheiß, Vladimir Putin, scheiß, Vladimir Putin, du alte Nazi, alte Nazi-Sau. So, und dann sage ich mal, bis später. Vladimir Putin, du bist ein Ob...